In diesem Video erklären wir dir, was Ad-Hoc-Dialoge sind und wie du an ihnen teilnehmen kannst. Ad-Hoc-Dialoge sind Online-Meetings, die keinen Kursbezug haben. Je nach Zugriffseinstellung kann jedes Campus- bzw. Gruppenmitglied oder nur über eine gezielte Einladung daran teilgenommen werden. Die Ad-Hoc-Dialoge findest du auf der Kurs- bzw. Gruppenübersicht in deinem Campus oder Community. Die nächsten drei anstehenden Ad-Hoc-Dialoge werden in einer kleinen Übersicht auf dem Kurs- bzw. Gruppenübersicht angezeigt. Von hier aus kann man den Ad-Hoc-Dialog öffnen und daran teilnehmen. Wurde man per E-Mail direkt eingeladen, kann man den entsprechenden Einladungslink in der E-Mail anklicken und wird von dort aus direkt zum Ad-Hoc-Dialog geleitet.